ja ich habe gerade diese abkürzung gefunden ist nichts besonderes aber ich habe sie trotzdem gefunden ich werde jetzt mit dem ganzen Schild hier weitermachen und da muss ich auch noch was kaufen das gibt es weiter drücken ich habe auch das Schild hier ich gebe zu ich habe etwas gecheatet ich habe also ganz oben rechts gibt es eine Lotterie oder sowas ähnliches und wenn man dort mit Save States arbeitet dann kann man sich etwas Geld rausschlagen ich sage mal so ich habe jetzt keinen Bock hier stundenlang irgendwie Geld zu farmen habe es einfach mal so gemacht ging früher auch nicht ist klar ah fuck alter das war scheiße das war auch noch der falsche so da gibt es dieses komische Fleisch ich weiß nicht was es bringt es steht nur so in der Komplettlösung drin dass ich das brauche ich weiß nicht ob das wirklich Fleisch ist also es sieht so aus ich guck mal nach gleich ganz interessant ah der Demon Bait es ist Bait Great Bait made I wait 8 out of 8 ja es ist auf jeden Fall Fleisch jetzt anscheinend ähm ich bin hier falsch ne bin ich nicht bin ich nicht ich bin richtig muss bloß hier oben lang glaube ich na ist egal ähm so das bringt mir jetzt auch nichts wo muss ich hin ich sehe ich sie gerade nicht durch ach soo hier bin ich richtig aber ich gehe das halbe Herz mal noch heilen so gut ähm so hier muss ich die Flöte spielen jetzt aktiviert sich hier in der Disco? nein ok Level 7 der Dämon klingt sehr vielversprechend hoffentlich wird der Dungeon nicht ganz so scheiße wie der Letzte weil der war echt Müll der Letzte Level 6 äh ich hoffe mal auf das Gegenteil bei diesem Dungeon fuck was schmacken die so ab die sind einfach so verschwunden ok die sind einfach so verschwunden ok ok das das geht ganz einfach ich darf bloß keinen Fehler machen Fehler werden hier sehr hart bestraft äh bestraft und das ist der Anfang mhm geh ich mal nach da ah darüber kann ich noch äh hier muss ich wieder mal Gegner besiegen oh fuck das ist schmerzhaft äh seid ihr wenigstens genauso allergisch gegen gegen mein Pumara äh sie sind auf jeden Fall gestorren gut nice ah fuck ich geh mal nach oben sieht vielversprechend aus es ist das ist doch der mit der Flöter das war eigentlich ziemlich easy hat er diesmal nicht mehr gebraucht kann sein kann auch vielleicht nicht sein wenn ich das richtig verstanden habe können die meine leiter nicht nehmen oder man kann ja bestimmt alles irgendwie aufsprengen aber ich lasse es ich warte lieber auf den kompass ähm äh nicht den kompass sondern die karte ich werde mal gucken wo die karte ist die ist da wie komme ich da hin der erste sieg wird auch der typ wieder wenn ich das richtig übersetzen sagt glaube ich dass es gibt ein geheimnis der nasenspitze hau frag ich mich jetzt nur wo hier die nasenspitze sein soll warte mal ich muss was aufspringen um weiter zu kommen ich rate mal so gut zack zack und zack noch mehr bomben ich weiß ja vorher nicht was ich da bekomme wenn ich wüsste dass ich da bomben bekomme Dann würde ich mir die natürlich für später aufheben. Die bekomme ich gleich mal gar nichts. Ja gut, ich hatte diese... Ich hasse diesen Boss. Ich ignoriere ihn. Nein, das kann ich nicht. Hör auf, die Bomben zu fressen! Okay, fress ihn lieber, anstatt dass ihn ins Leere gehen, aber... Die Bomben reichen nicht. Die Bomben reichen nicht, nein! Ja, ich weiß, wo man hier hinkommt. Aber... Na ja... Geld ist bei mir eher Mangelwahl. Im Spiel, wie auch im echten Leben. Im Spiel, wie auch im echten Leben. Au! Mach man! Ich habe gehofft, ich komme hier ohne Hitz durch. Nein, ich halte auch nicht. Noch ein dunkler Raum. Ich pack diese dunklen Räume nicht. Ah, jetzt packt's wieder ab. Kumpa ist nice. Ich sammle mal den Rubin ein. Kannst du mir nicht leisten, da irgendwelche Rubin zu verschenken. Gut. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Ja, aber im Großen und Ganzen finde ich den Dungeon besser als den Letzten. So, denen noch ein paar Hits gegeben. Oh, da geht's auch schon weiter. Ach, nicht schon wieder. Ah, jetzt müssen es nicht mehrere. Hat wieder mal nichts gebracht. Ah, das fackt mich ein Stück ab. Dass ich hier angreifen, dass da nichts bringt. Ah, das fackt mich ein Stück ab.